Ich kann das eigentlich ganz gut verstehen, weil das Bauern im Bestand ist einfach aufwendiger. Also es ist behaftet mit mehr Risiken und man muss da einfach so ein bisschen mutiger sein und ein bisschen kreativer und es braucht eine ungeheuer hohe Fachkompetenz. Und insofern kann man das vielleicht sogar nachvollziehen, dass viele da etwas Bedenken haben, mit den Bauaufgaben anzufangen, weil man die Risiken nicht richtig 100 Prozent einschätzen kann, was auch einfach leider stimmt. Es sind ja immer Überraschungen dabei.